Das letzte Stück für heute Abend. Das letzte Stück für heute Abend. Das letzte Stück für heute Abend. Genau, muss ja mal sein. Boston Marathon von Gary Burton in der Version von Ralf Christoph am Bass, Nikolaus Gerschel am Schlagzeug, Mario Heizkölte am Cello und an der wunderbaren Stimme und Tom Krächer an den Tasten und Knöpfen und da war es noch so. Bilder. An der Kunze. Genau. Das letzte Stück für heute Abend. 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 Also mit einem kleinen Moment. Das lebo am Start. Das lebt alle Abend. Und 기�閱 ein anderes. Ich glaube zu鳥. like ein bisschen neug 하면서. Vielen Dank.